Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du mit mir? Ich wohne jetzt hier. Oh, wieso denn? Du weißt wieso, weil mein Mann ein Betruder ist. Du hast mir gesehen und mir kein Wort davon gesagt. Ach ja, jetzt blüht nicht. Wie konntest du es mir nicht sagen? Mann, sag ich, soll es nicht. Ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Hast du? Das ist jetzt unwichtig. Du hättest es mir fast gesagt. Warum hast du das rausgefunden? Wenn er dich da gesehen hat und er wusste, du würdest das nur sagen, ich finde, du bist jetzt so eine oder andere. Ja, das wäre schön. Aber ich weiß nicht, was ich da sage. Wenn sie nur eine Freundin, eine Arbeitskollegin, das wäre... Ach, jetzt versuch dich nicht rauszuregen. Du hast ihn geschickt. Du hast ihn mir vorgezogen. Oder vielleicht warst du auch nicht. Du beschäftigst mich mit einem eigenen verrückten Liebesleben. Nein, ich hoffe, du hast dir nicht zugehört. Es ist ja komisch, dass du das jetzt erwähnst, denn ich habe meine Entscheidung getroffen. In Bezug auf was? Wenn ich einfach bin, ja nicht. Ist das anweilig? Nein. Ich habe ihn nicht zugehört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, okay. Oh, okay. Okay. Hey. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020